Gehen wir jetzt hier das Baugerüst hoch. Kommen wir hier nicht als Albion? Hm. Was wahrscheinlich gerade egal ist, was wir hier reingehen. Gibt's immer auf die Fresse. So. Ich muss aufhören, das Spiel zu spielen. Das macht mich richtig. Das verändert meinen Sprachgebrauch. Ich red schon so ganz unschön Slang. Ist überhaupt noch irgendjemand außer Nigel? Haben sich alle schon abgewandt. Weil alle nichts mehr mit ihm zu tun haben. Der Feind ist unter uns. Seid wachsam. Niemand darf ohne Überprüfung durch. Niemand darf unseren Hindern, London zu beschützen. Er hat recht. Nicht so lange er noch lebt. Okay, wer hat Schlüssel? Der Sound. Natürlich sind hier auch Drohnen. Wer hätte es gedacht? Oh no, Geschütztürme. Ich glaube, ich bin noch nicht ready für Finale. Ich denke nicht, dass das einfach wird. Wenn ich jetzt immer schon nicht zurechtkomme. Ja, wir kriegen das Kapitel kriegen wir heute noch ready. Das zieh mal jetzt durch. Ja, geh lieber weiter. Hier ist nichts. Ich denke, ich glaube, ich kann es nicht zurecht. Was ist das? wir brauchen den schlüssel zuerst der wahre feind hat endlich sein gesicht gezeigt haben den sichtkontakt verloren schlecht schlecht ich habe die lösung für unser problem werde alles tun eskalation ihr sicher dass wir dagegen ankämpfen wollen wollt ihr meine entschlossenheit testen dann nutzen wir das jetzt um so viele wie möglich auszuschalten das funktioniert super auch 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 Was war das denn? Alle weg? Nein, nein, das ist nicht gut. Oh! 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 Ich suche das Gebiet! Komm jetzt schon ein Heli oder was? Ich gehe weiter! Du hast nichts, was du bereut bist! Versprochen! Wir müssen uns neu formieren! Ich gehe weiter! 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 Hätte ich den jetzt noch... ... gern ausgeschaltet? Das war's mit der Sicherheit! Du kannst den Aufzug zum Bunker jetzt benutzen! ... ... ... ... ... ... ... Hm, die werden doch wieder Drohnen sein, oder? Das ist ein Fehler! Tu das weg! Guckt überhaupt nicht hin? Ist cleverer, wenn ich das erst zerstöre, oder? Das Geschütz? Hör mal zu. Ich werde dir jetzt etwas sagen und das bleibt unter uns. Das ist absolut vertraulich. Ich finde das Ganze ziemlich seltsam. Klar gibt es gute Gründe, Teile eines Gebäudes zu schließen, aber insgesamt ist das Mist. Das hier ist ein wichtiger Teil der Geschichte Londons, seiner Kultur. Große, mächtige Männer haben die Festung befehligt. Die Bürger von London sind ihr gegenüber verpflichtet. Man darf sie nicht aussperren. Sie müssen reingehen, die Essenz atmen, damit sie auch wachsen können. Aber nochmal, das alles bleibt unter uns. Jetzt mach weiter. Das ist aufregend, Chat. Das ist immer so. Point of no return ist immer so. Okay, seid ihr hier, um es zu beenden, DeadSec? Begreift ihr es denn nicht? Nein. Was unser gemeinsamer bekannter Zero Day hier einleitete? Meine unausweichliche Herrschaft und euren Niedergang. So wird es nun mal immer enden. Wir werden sterben, Chat. So ist einfach die natürliche Ordnung für Menschen wie mich und Menschen wie euch. Ich bin das Gesetz. Kommt runter. Ihr seid erledigt. Ich glaub auch. Was? Was? Deine Waffen richten nichts aus gegen die Drohne, die Cass trägt. Vervollständige die Netzwerkbrücke, um die IMP-Stationen einzuschalten. Keine Verstärkung angefordert. Wie überraschend. Ihr habt meine Pläne ruiniert, aber nur vor Ruhe geht. Ich befreie die Stadt ein für allemal von euch. Wo bleibt deine Verstärkung? Ich werde es undeไมchine bleed? Das sind doch nicht immer rein. Ich werde jedes nicht ausgehen. Ich werde das bohr spheres neu mit der Geist in den Aufmerksamhet. Ich werde es rumah verzichten. Ich werde es, wir arterisch machenников fentereizommen. Hey, du bist du, du bist du, du bist du, du bist du. Schwachpunkte enthüllt. Der EMP hat gewirkt. Feuer frei. Die erste EMP-Station ist erschöpft. Starte die nächste mit einer Netzwerkbrücke. Achtung, weitere Verstärkung. Aufpassen. Okay, auf der anderen Seite jetzt, oder? Was ihr seht, ist die Zukunft. Die moderne Form des Sicherheitswilfens. Ja, die statt die andere Seite jetzt. Was ist gut, Susi? Klar, lebt sie noch. Ah, du... Nein! No Drohnen! Please, ey. No... Keine Drohnen. Hm? Wieso sterben sie eigentlich nicht? Oh Gott, oh Gott! Hast du Badly nicht gehört? Schließt die Netzwerke, um dann raus, die EMP-Stationen mit Strom zu versorgen. Ja... Die sind so nervig. Mein Team ist so doof, ne? Ist auch easy. Ich hab mal die große Klappe. Aber Ich will das Ding drehen Hallo Hallo Der IMP hat die Rüstung der Drohne geschwächt. Angriff Jetzt reibt mich jemand von hinten an. Ich fasse es gleich nicht Der Schild der Drohne ist wieder online. Schalte eine andere IMP-Station ein Wartung. Er hat Verstärkung angefordert Euer Kampf ist sinnlos, dem wir euch nicht danken. Sie sind die Schilder der Drohne. fuck no na gut, das haben wir schon deine Waffen richten nichts aus gegen die Drohne, die Cass trägt vervollständige die Netzwerkbrücke, um die IMP-Stationen einzuschalten Cass hat Verstärkung angefordert wie überraschend ihr habt meine Pläne, wo ihr nie arbeitet vorübergehend ich bezweige dich als ein für alle mach ich ich bin ganz allein shit, ich bin ganz allein ruft der, was ist mit mir ich bin nicht allein oder was erstaunt das da, Julia? hab ich gar nicht gesehen ich bin ganz allein ich bin ganz allein ich bin ganz allein und habe Schuss ich bin ganz allein ich bin ganz allein ich bin wirklich online oder du hast keine chance schließt die netzwerk umleitung ab sabine du kannst hier auch gerne für mich übernehmen schwachpunkte enthüllt der impi hat gewirkt feuer frei die erste station ist erschöpft starte die nächste mit einer netzwerkbrücke Achtung weitere verstärkung aufpassen was ihr seht ist die zukunft die modernste form des sicherheitswesens ihr werdet mir nicht im Weg stehen was ist da los ich werde beschossen Ja, wo kommt der Monitor auf einmal her? Ja, wo kommt der Monitor auf einmal her? Shit! Shit! Oh! Oh! Der EMP hat die Rüstung der Drohne geschwächt. Angriff! Der Schild der Drohne ist wieder online. Schalte eine andere EMP-Station ein. Der schießt jetzt halt Bomben, ne? Das ist scheiße. Oh no! Nicht wieder hier, ey! Wo muss ich eigentlich hin? Oh no! Oh no! Oh no! Wenn die durch die Schüsse laufen... Schüsse! Drogen wurden entsandt, um die Zielperson festzunehmen. Ich wollte gerade ausweichen, ey! Oh no! Ziel hat das Feuer eröffnet? Au! Euer Ernst? Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Wo zur Hölle?! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Oh no! Wo muss ich noch drehen? Oh no! Geh in Deckung! Hast du Berkley nicht gehört? Schließ die Netzwerkumleitung ab, um die EMP-Stationen mit Strom zu versorgen. Ich stecke hier vor! Es hört nicht auf! Das ist deine Chance, Schaden zu verursachen. Keine Zeit verschwenden! Und jetzt noch eine zweite Phase. Ist das nur so typisch Bossfight? Bringen wir es hinter uns! Fuck! Ich möchte nicht mehr! Danke, Julia! Schanutze! Bringen wir es zu Ende! Ich führe London wieder zu wahrer Größe! Hä? Krasse zweite Phase! Ich bin beeindruckt! Glaubst du, deine kleine Widerstandsgruppe kann London beschützen? Das hier ist doch ein guter Anfang! Oh, dieser Job ist so undankbar! Und die Leute erhassen dich am Ende dafür! Sogar wenn es zu ihrem Besten ist! Die Leute wissen, was zu ihrem Besten ist und was nicht! Ah! Das ist... ...deadsex fataler Fehler! Ihr glaubt an die Menschen! Ihr rekrutiert einfach alle! Stürmt's direkt von der Straße! Tja, früher war ich genauso! Dann wurde ein guter Mann getötet! ... Ja, dann streichen wir Nigel Kas mal von der Liste! Ein Jammer! Er wäre ein toller Zero-Day gewesen. Wir haben noch jede Menge Arbeit. Cass ist vielleicht weg, aber Albion verschwindet nicht so leicht. Die werden sich neue Ausreden einfallen lassen, warum sie auf den Straßen gebraucht werden. Aber wir haben uns trotzdem eine kleine Pause verdient. Auch von Zero-Day. Ja, erst mal Party. Das müsste aber das Kapitel durch sein, oder? Ja. Yay, wir haben heute zwei Kapitel abgeschlossen. Tatsächlich bedeutet das, wir haben am Morgen nur noch drei Missionen. Ich werde nicht mehr von einem Psychopathen gejagt. Werde, würde ich gern mal euer Versteck sehen. Führt mich hin. Führt mich hin. Suche die Dead Sea Party. So, was jetzt? Diese Party besuchen wir morgen. 17 Uhr. Also irgendwie, der Kampf jetzt gerade hat schon irgendwie auch ein bisschen Spaß gemacht. Aber wenn von allen Seiten denn die Gegner kamen und die Drohnen, das macht mich fertig. Ähm, ja. Aber wir haben nur noch ein Kapitel. Wir haben quasi bis auf Zero-Day haben wir jetzt schon alle Gegner, alle Bedrohungen ausgeschalten. Und ja. Zero-Day schalten wir morgen aus. Yay! Tschaka! Schönen Tag. Schönen Tag.